Nächste Woche geht das Abenteuer weiter. Wir fliegen nach Hause. Er hat seine Männer erschossen und die Leichen über Bord geworfen, um sich zu retten. Die verlorene Welt und danach Tier-Karrier auf Schatzjagd im Molo Rouge. Rallye-Counter. Nächsten Sonntag ab 15.25 Uhr. ProSieben. Und jetzt geht es weiter mit dem Transfilm der 80er Jahre. Dirty Dancing. Dirty Dancing.